Nachgefragt das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja und da steht sie, die Leuchte des Nordens, die Martin Biemann gewonnen hat. Ganz herzlichen Glückwunsch noch einmal dazu. Ja und vielleicht zur Erklärung, liebe Zuschauer, die Leuchte des Nordens ist eine Quizshow des Norddeutschen Rundfunks, bei der pro Sendung je ein Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen gegeneinander antreten. Und vor einer reichlichen Woche am Sonntagabend, das Duell, was da ausgestrahlt wurde, das haben sie gewonnen. Erzählen Sie doch mal, wie erging es Ihnen im Studio von N3? Also im Studio ging es mir, wie es wohl, glaube ich, jedem Kandidaten erging. Also da war natürlich die Aufregung vorhanden. Vorangegangen war natürlich ein sehr langer Vorbereitungstag. Also ich war im Grunde den ganzen Tag in Hamburg und auch mit den anderen Kandidaten zusammen, auch mit den Kandidaten der Sendung, die eine Woche später ausgestrahlt wurde. Und da stellt sich dann, man lernt die Leute kennen, das ist nicht großartig, so ein Konkurrenzdenken, sondern im Vordergrund steht dann tatsächlich das Spiel. Das Quiz ist ein Spiel. Und das sollte man sich doch ständig vergegenwärtigen. Die Trophäe haben Sie nach einem zweimaligen Stechen im Finale gewonnen. Das ist sehr außergewöhnlich. Welche Fragen müssten Sie denn da beantworten? Die Sendung war für mich insgesamt sehr ungewöhnlich. Wenn Sie bedenken, dass ich in den Punktzahlen ganz hinten lag und dann plötzlich als Sieger herausging, nach zweimaligen Stechen, haben wir, glaube ich, den Zuschauern tatsächlich eine Show geboten. Die Frage natürlich im Stechen war, wann wurde der Kaiser-Wilhelm-Kanal in den Nord-Ostsee-Kanal umbenannt. Das ist eine Frage, die hat man natürlich im Petto. Das war 1948. Ich lag mit meiner Schätzung etwas näher, mit 1950. Die letzte Schätzfrage, es war keine, die letzte Stechenfrage, war letzten Endes die Anfangszeile von La Paloma. Und da habe ich selbst das Lied dann mitgesummt. Und Hans Albers als derjenige, der sein erstes Engagement in Güstrow hatte, da war ich, also in dem Moment war ich perplex, dass ich gedacht habe, Mensch, haben die die Frage extra für mich gestellt. Herr Biemann, wie sind Sie eigentlich zu der Quizshow gekommen? Haben Sie sich beworben? Gab es einen Ausscheid? Ganz trivial. Die haben mich an, also die Produktionsfirma, die dahinter steckt, die hatten sozusagen mal breit gestreut E-Mails verschickt. Ich habe dann auch geantwortet, habe gesagt, ja, ich könnte mir das vorstellen, das mal zu machen. Dann bin ich eingeladen worden nach Rostock ins Hotel Sonne. Und da gab es dann sozusagen ein Casting, wo ich dann 15 Fragen zu beantworten hatte, mich kurz vorstellen musste, wie wirke ich vor der Kamera, ob ich nun ganz spezielle Hobbys hatte. Das steht ja manchmal in der Sendung so im Vordergrund. Und dann kam dann letzten Endes die Einladung vom Sender selbst, dass sie gesagt haben, okay, Herr Biemann, wir versuchen es mal miteinander. Und wie haben Sie sich vorbereitet? Und Lexika gelesen? Wikipedia konsultiert? Nein, also ehrlich gesagt, es ist ein Spiel. Und da gewinnt nicht derjenige mit dem höchsten IQ, auch nicht der mit dem größten Lexika-Wissen, sondern man muss Glück haben, wie man gesehen hat. Und Glück kann man, also entgegen weitläufiger Auffassung, nicht erzwingen, sondern man muss einfach Glück haben. Und das hatte ich an diesem Tag und mehr ist es nicht. Welchen Preis haben Sie denn gewonnen, außer der Leuchte des Nordens und den damit verbundenen Ruhm? Ja, also die Leuchte des Nordens ist mit insgesamt 1.000 Euro dotiert. Das ist geändert worden in diesem Durchgang. Das war ja früher mal eine Reise in die norddeutschen Bundesländer. Das hat man dann vom Sender her geändert. 1.000 Euro, die haben wir dann familiär dann einfach angelegt in einen Urlaub in Bad Schandau. Und ich denke, das war ein sehr schöner Urlaub und eine gute Investition. Ja, nun wissen Sie ja, wie es geht. Fahren Sie jetzt zu Günther Jauch und holen Sie sich die Millionen ab? Also wenn es nach meinen Kindern ginge, sollte ich da hinfahren. Aber ich sage, ich habe jetzt in dieser Einsendung so viel Glück gehabt. Ich möchte mein Glück einfach nicht überstrapazieren. Ja, man weiß dann ja auch gar nicht, wohin mit dem vielen Geld. Herr Biemann, herzlichen Dank für das Gespräch. Und naja, bis zur nächsten Quizshow. Muss ja nicht gut durch auch sein. Nachgefragt das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.